Oh ey, guck mal wie der denn auf... Alter! Ja, jetzt sind Profis, jetzt sind ja keine Weiche Eier und die spielen wahrscheinlich auch mit Tastatur, die Profis! Die Profibots! Du bist mit der Ansage, oder? Nochmal, warte! Herzlich willkommen zu Rocket League mit der lieben Sandy! Hallo! Uuuuh! Erzähl! Ja, wir gehen nochmal Richtung Blau und... Team Blau! Genau, wir gehen Richtung Blau und hauen uns jenseitig auf die Nase! Genau! Hooligans! Hooligans! Klappe! Und wir spielen gegen Profibots wieder! Genau, stimmt! Richtig! Um es ein bisschen spannender zu machen... Oh, guck mal wo der hinfliegt! Und deswegen müssen wir jetzt gegen Profibots! Sonst kriegen die mal 10... Oh ne, dann schießen die auch noch ein Tor, ey! Du Quatsch, Hunter! Guck mal, von Tusk wieder! Ja, dann auch dabei... Ne, was war es? Tusk und... Ja, mach recht Klick, duftbacke! Ich will das Gegenteil nicht sehen! Habe gerade wohl einen Rechtsklick auf die Maus drücken! Ne, impf es jetzt, Wetter! Hätte nur nicht viel gebracht! Jawohl, komm! Na, Ausgleich! Sackgesichter! Nice! Sackgesichter! Ja! Ich seh, hier im Sprung! So! Oh, Alter! Gegen deine erster Ballkontakt, den hatte ich! Fünf Punkte! Kannst du in der Mitte... Oh, schade! Ich muss stehen! Nein! Ui! Hat den rausgeholt! Na, Gott sei Dank! Und... Ich muss ständig die Kamera wechseln, das ist echt nervig! Aua, ich wurde angeditscht! Scheiß! Nee, nee, ich werde nicht angeditschen! Ah, nein, nein, nein! Tosca wieder! Ja, ja, der ist gefährlich! Warte mal, ich zerstören mal! Oh, ich hab mal Erfolg gekriegt! Oh, bo! Oh, schade! Wenn er jetzt noch gelandet wäre, hätte ich nur angeditschen können! Oh, das ist so doof mit der Kamera! Boah, du Penner! Er hat ihn zweimal rausgeholt, ja! Ah, die Kamera ist echt gewöhnungsbedürftig! So, mit dem Popo angeditscht? Popo ditscht! Du lagst eh auf der Seite! Alter! Ja, ich hab die Ballkamera an, ich seh dich nicht, Mann! Da musst du ein bisschen gucken! Du spielst mit Controller, nicht, ey? Ich spielst nicht mit dem Ball! Du bist der Controller-Fuzzi hier, der jetzt ein Popel spielt, ja! Da! Popel! Genau, der mit Popeln spielt! Ja! Ich muss nämlich ständig die Kamera wechseln! Ach, hier! Oh, fuck! Nein! Ich seh wieder gar nichts! Ah, nee! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann, nee! Das ist noch eigentlich. Nichts! Oh, Mann, ne! Das ist noch ein bisschen! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! nur vollhorst kriegt er nicht weg da was hat jetzt ausgewichen oder die wir kriegen da nicht raus was macht er denn hast du sehen der stand mit dem ball still okay ich hab kein turbo gerade rückwärts gefahren weil mich jemand angeschubst wer denn keine ahnung so komisch ja wie gesagt wenn ich bei kamera aber wirklich ähnlich weiß ich komme nicht dran ich hab kein turbo oder posten ganz schön schwierig gegen profi bots hier ich habe noch die ganz krassen aber du klaust immer den turbo und hast wahrscheinlich voll war ziemlich oft sieht bei dir nicht so aus schade ich hätte mir kriegt wenn der jetzt nicht kommen wir so eine sau die schummeln doch die cheaten das sind cheater brotz wo habt ihr blockt rückwärts scheiße es ist anstrengend der hat mich weggeschubst ich würde schon nicht an rauf fag und werden auch eine minute muss jetzt unbedingt noch ein tor schießen guck mal wieder den aufgelder hat sind profis und sind ja keine weicher jahren die ich mir wahrscheinlich auch mit das hat du die profis die profi bock ist die raste ja 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 der erste schief doch doch schade ich konnte nicht wenn ich reingekommen nein er geht rein ernsthaft von da hinten da liegt doch die cheaten die bots kick mal kick dir das mal an er hat abgeprallt und drin gerollt dann will ich gar nicht wissen wie die ganz krassen spielen glücksbärchen ja ich weiß wahrscheinlich worin noch mal oder wohin den gummibärchen im popo vielleicht dann hast du jetzt mal von ich bin ich rangekommen und nein jetzt geht der wieder rein oder was nö 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 nein nicht nur einer aber ich sehe nichts ne die nerven ne mit dem hin und her oh scheiße tut mir leid ging nicht anders scheiße nicht schlimm oh verkacken wir gehen mal 4 zu 1 sind wir doch vielleicht wieder laufen gegen normale spielen sollen schade schade das wird wirklich eine luschenrunde auf die sind aber auch krass immer einen radkasten dran weil gibt es doch gar nicht mit bots man als ein computer ja so ein scheiß jetzt habe ich ein auto gekriegt cool ein hotshot den nehme ich jetzt auch geil jetzt anlegen noch weiter geht's raus geht's die plamage ausbügeln beim omg steht bei dir da wieder ja ich hab das mal mit dem gegeben aus versehen gedrückt so ist vorbei schon unterwegs so jetzt ach du bist vor mir da brauche ich ja kein speed nehmen oh gut es regnet endlich englisches wetter jetzt wenn interessiert englisches wetter hallo das war ich am liebsten fußball gespielt immer ich komme nicht ran in folgen oder fritz walter wetter scheiße es ist nervig jetzt muss ich mal die kamera wechseln sonst sehe ich nichts ja aber dafür geht er ins tor nein ich habe ihn gerettet nein ich habe ihn gerettet boah ich bin der beste ne bist du nicht du bist spucki spucki kann nicht besser sein spucki ist spucki ja sehr schön dafür säg den ball wieder nicht weil ich wieder die kamera gewechselt habe spucki oh nein 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 oh fuck ey und ich habe nur noch raus gehauen ey wenn ich die ballkamera nicht nehme dann sieht man gar nichts oh nein der ist abgeprallt die schweine immer unkontrolliert wenn der jetzt reingeht ey abgeprallt von ja ja ich habe mich drüber geluft die sau boah ey dass die immer so hoch höpfen diese scheiß bälle mann wo ist denn das ding na unter mir ja äh über mir ey mann ich hab den mal weggestoßen hier nicht mit dem heck ne was denn ich bin drüber durchgefahren mit vollspeed oh endlich hier mal rüber hübsala ach mann die sind immer dran immer dran und ich habe gerade einen Fehler gemacht ich habe gebremst ach scheiße habe ich ihn getroffen oh war der knapp ach exakt ist ja wieder drüben oh passen wir an die mitte wenn es geht oder so ach scheiße das war ja knapp ey du bist zu schief gewesen vorsten war der ja aber der hat tempo bekommen weil der gegner in die mitte gepasst hat boah jetzt wieder rüber zu den anderen ach man ach man ach entschuldigung tut mir aber leid nicht christian in der mitte oh jetzt liegt er auch noch das ist nicht gut oh leee 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 ich habe mal abgebremst genau oh leee oh leee oh leee oh leee hat er eben über dich drüber gerade gehört ja eh Ich krieg dich, ich krieg dich, scheiß Ball hier. Achso, das war gar nicht der Ball, das war der Gegner. Komm Iceman, schieß in die Mitte für mich. Der doof ist, ich musste wieder die Kamera wechseln, als hätte ich ihn vielleicht ins Tor gekriegt. Wo ist denn der Kackball? Jetzt, ja. No, weil wir uns gegenseitig rausgefahren haben. Ja, wir haben uns beide gegenseitig rausgefahren. Ich dachte, der Gegner hätte mich hinten am Heck noch leicht gekriegt. Nee, wir... Oh, fuck. Wenn die jetzt ein Tor schießen, sind wir am Arsch. Das war jetzt wütend. Komm, ich bin am Arsch. Habe ich ihn getroffen? Nee, habe ich nicht. Nein! Ach, nö! Das ist doch nicht wahr. Hast du den reingeschossen? Nee. Ja, nochmal so ein Ding über Bande und dann hat er ihn reingeschossen. Boah, das ist ein Sackgesicht. Das schaffen wir nicht mehr in 35 Sekunden. Weiß. Wir müssen jetzt den Vollkanner erwischen. Ja. Nee, den haben wir vergessen. Boah, der ist ja bei uns drin. Ui. Jetzt gibt's noch nicht! Und das verkackt, nächste Runde spielen wir wieder gegen normale, glaube ich. Scheiß Eis, Mann, nee. So, jetzt ist es ja schon die zweite Runde, ne? Genau. Ach, die Scheiße. Vollverkackt. Mist. Nicht einer ist das Tor bis jetzt. Wir fahren aber auch beide immer gegen. Ich war vor dir und du bist auch gegen geditcht. Ja, das... Das ist das, was ich gemeint habe. Die waren hier im Start viel öfters. Die fahren voll rein... Nee, du bist gegen mich geditcht. Ich hätte wahrscheinlich... Oh, komm. Och, nö, ey. Das wäre jetzt ein Ehrentor gewesen. Ja. Warum steht denn die eins jetzt fest? Ja, das ist ab und zu irgendwie. Meine Fresse, ey. Und ein Fähnchen gekriegt, yippie. Ähm, ich bin bei der Rad. Ja, dann war das wohl. Dann haben wir diesmal voll abgekackt. Oh echt? Na, sagen wir mal, wir sehen uns in der nächsten Runde Rocket League. Und diesmal auch ein bisschen wieder gegen leichtere Bots, weil die erste Runde lief in der letzten Folge zwar ganz gut, glaube ich. Nee, war es diese Folge? Nee, erst lief sie, ne? Nee, war in der letzten, genau. Von der letzten, aber wir spielen jetzt erstmal wieder in der nächsten Folge gegen normale Bots, weil es bringt ja so hoch nichts, wenn wir keinen Spaß haben. Bis zur nächsten Folge mit dem Spucki wieder. Und der Sandy. Tschüssi. Tschüssi. Oh.